Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play New Super Mario Brasil Deluxe. Heute werden wir uns die Buhus wieder schön hier Probleme bereiten, in Ärger treiben, whatever, wir machen weiter mit dem Limoden Zungel Buhu House, und das war, ich erinnere mich noch von der Wii U-Bersendran als mein Hasslevel, weil ich diese Touring Level eh nicht abhaben kann, und dann noch so ist der Touring Level hier geht überhaupt nicht, also da es nicht wundern, falls für uns sie wie ein vergammeter Joghurt anstellen, trotz, ähm, ich war halt auch so dumm und hab mir davor nicht großartig viel Gedanken drüber gemacht, ob das Level vielleicht einfach so mal so zu spielen, oder mir das nicht mal anzuschauen, habe ich nicht gemacht, weil ich nur fürs Kind bin, falls jemand, ich will den Typ mir zu nehmen, ist das doch eher, das ist für Y und sich, ja, ah, da kann man hier so, ja doch, an der ich erinnere mich noch, natürlich, da waren hier die Mäuse, und wir mussten hier durch, und die war Fake, krass ein bisschen mehr Anlauf, da mussten wir jetzt nämlich hier rein, also ganz grob erinnert mich noch an dieses Level, so, ich hoffe, alles ganz gut by the way, ich hatte gestern leider Kopfschmerzen, konnten gerade nicht streamen, nicht aufnehmen, wenn ihr das heute seht, ähm, hab das Video trotzdem hier, gestern noch aufgenommen, also ich hab grad noch immer so Kopfschmerzen, absolut nicht von meinem eventuellen Fels, aber es war das halt, unbedingt noch aufnehmen, dieses Video, ich glaub hier ist irgendwo ne Tür oder irgendwas, an das wir rein müssen. Also hier muss man eigentlich so von diesen Geistern da ausweisen, ne. Wären wir jetzt, unser Typ hier wäre das auch, offensichtlich so schwer. Ja, party in der Haus, party in der Haus, ah, deshalb, der wäre es bisher, oh, das ging ja doch ganz anders, der will hier, wenn hier ist, und das ist hier, ja, gut, so kann's gehen, ne, wie soll das, kann 3 Minuten dran, wie, wie gesagt, der macht noch den Weg weiß, an sich nicht von tausend Touren, trollen, das geht ganz nett, ich meine, natürlich, wir haben jetzt keine StarCoin gesammelt, da hätten wir uns andere Touren gehen müssen, aber das, lass ich mal so essen, derbigen Trolllevel hier, wir rollen sich grad Trollhuhl und dann ist einfach mal aus dem Vorstehen, ne, so, da, 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 was haben wir jetzt hier, Limonenzungel 4, Limonenzungel 5, naja, wir machen's chronologisch, fangen mit dem 4 an, was glaube ich sehr ätzend war, und gehen dann rüber ins Fumba, was auch noch ätzend ist, also eins ätzend ist, oh, ja, gut, hier muss man trotz Montier aufpassen, weil wir eben diese Soße so oder so in das rein springen sollten, wir haben halt nicht zusätzlich noch Gegner, die uns auf den Zahn fühlen wollen, aber das ist das einzigste positive, in dem ganzen Spaß, ah, hier sind auch nochmal, generell Buus, sind die auch noch, ist gar nicht so einfach, wenn ich irgendwas landen, wenn man nicht landen will, der wäre ein StarCoin gewesen, verdammt, ja, wie gesagt, ich sammle die ja nicht alle, ich brauch einfach kein 100%, irgendwie nur die Level durchspielen, und nicht da irgendwie dumm reinfallen, ja, weil du, muss man halt schauen, dass man gut springt und dann ist dieses Level hier auch ganz einfach machbar, aber das hat es du, wenn man nur einen, falls ein Schritt tut oder so war es, ähm, hat man hier so ein bisschen Probleme, sagen wir so, deshalb muss man da erst aufpassen, wo man da am besten entlang springt, ohne, genau das will, genau das, ich muss an diesen langen Rohr da, nicht so, lange Rohr da sind immer cool, nein, ich muss an diesen langen wobei das Ding bleiben, weil, das hat gesagt, Kacken ist komplett, der Part hier kann aus der Organisator-Auskundung, muss auch nicht so lang gehen, weil er ist trotz Kopfschmerzen allem drum und dran, keine Haulaufgaben machen muss, also keine Ahnung, was heißt, ob es ein Part überhaupt aufnehmen, einfach damit, dass ihr ihn bekommt oder so, äh, was weiß ist, gut so, alter, die Stelle ist halt so richtig ätzend hier, wobei genau auf diesen Zeichdinger landen muss, ich meine, das ist ätzend, wenn man eins Punkt neben dran macht, ist eigentlich da, äh, äh, was will das jetzt machen und stuffen hier, und zwar ohne, bis wirklich hier über diese Scheiße aufzuregen, so, aber ich will das so ein Lupen-Modi, dann sollte man da vielleicht auch nicht so oft verrecken, wenn man nicht als Typ mit keiner Würde abgestampelt abgestampelt werden, müsste, nach dem Motto, würde, eh schon ver-, Digga, weil das heißt, grad scheiße knapp, so, ja, hier ist jetzt ein bisschen ätzend, oh mein Gott, diese Scheiße hat mir grad das Leben gerettet, alter, huuuh, huuuh, du Scheiße hat mir grad das Leben gerettet, so, äh, kommt die nochmal runter, oder hab ich jetzt verkackt, ach, der hat es mal verwenden können, um groß da nach oben zu springen, okay, aber das Level haben wir jetzt mit viel Glück und meistens hat uns sogar eines da können, also, weil die ja so ein Noob-Projekt draus machen, so, wir spielen jetzt als kompletter Noob-Durster, keine Ahnung von dem Spiel, sind da nicht K-Trap, haben wir auch unsere Cap hier auf, und ich finde, in dieser Rolle tue es mir so eine, aber sehr, sehr gute ein Freelane, so als ein Noob, so, da vorne wird es mehr freigeschaltet, äh, ja, komm, mach mal das mal weiter, weil der Teil ist, er sind damit jetzt blocken, und dann kommt ein Buh auf, Misty, oh mein Gott, ne, ich mach das an, der wird jetzt noch, sei es drauf, weil ich letztlich das Level machen, dann mach ich das, buh, ach, du musst mal töten, ne, das braucht halt irgendwie, irgendwo einen kleinen Stern, gut, ein Steiner, Steiner hat einfach so hart, äh, hier irgendwie, ja, wo es halt hier immer 3 Star-Cains geben, die sind da, weil ich verstehe, es halt nicht, ich verstehe es nicht, aber gut, lassen wir es mal dem, so, jetzt haben wir so eine Krone, ich glaube, man muss natürlich etwas austauschen, wenn man das item, platze, die kommt nicht voll, ist gegen was tausend modernen, da, gegen ein Pilz laufen wir eh so viel, ja bitte, 1 mal 1000, wer ist die Boku, so, eigentlich wollte ich hier, ey, ich, ich wollte, ich bin nicht mal so weit, weil es im verdammten Tort-Haus, weil ich will noch das Tort-Haus machen und danach dann wieder zurückgehen, wann will ich, will ich hier nicht noch mehr unnötige, come on, das Ding fliegt aber auch gerade so hart behindert, einfach alle am ein, oh Gott, da geht's ja ab hier, die letzte Sekunde gemerkt, dass das halt abkotet ist, ja, ah, ihr seht ja schon, perfekter Content, und, ist am Start, soos, ich muss mal ganz heftig los, ein Sternele, ja, komm, ein Pilz-Turnier, ein eh überall in den A-S-Team, deshalb, ja, ist gut so, so, aber ein Pilz behalten wir, und hier bist du noch mal items, weil wir es können, oder wart ihr, oder wart ihr, ob das mit den items, ja, ne, war mit den Yossi, okay, Leute, wir achten jetzt auf den fetten Yossi in der Mitte, den gelben, mit dem Bowser, den wollen wir nämlich am Schluss nicht haben, jetzt habe ich da nicht ganz drauf geachtet, aber ich kann es mal sagen, wie erst mit Sicherheit, oh fuck, jetzt wird mal so hart, dass es hier Rest hat, den einen Wälder, nicht mal aber Kopf hoch, und jetzt sehen wir noch, keine Ahnung, auf gut Glück, den Dude hier, was haben wir hier rausbekommen haben, okay, eben nicht von zwei Blumen, aber schon mal dreiviertel Richtig, der Freimanns natürlich, yeah, hey, wir haben nämlich schon unser Leben Richtig gemacht hier, und den Part nennen es irgendwie die trollenden Geister, David merkte die trollenden Geister, ich sag, es ist eben wieder, wir merken uns einfach mal, guck mal, jetzt tun wir mal gegen einen PC-Daten ersetzen, äh, die trollenden Geister, so heißt der Part hoffentlich, ich werde mich nicht daran zurückerinnern, wie ich den nennen wollte, wenn nicht, dann, ach, hier geht's auch, ich dachte, man kann jetzt am Ende gar nicht mal mehr hoch, das wäre ja, höchst nervig, so, Tiefseedräumerei, oh mein Gott, so, hier gehen wir 2000, äh, tauchen, na gut, diese tauchen, ja, wir gehen ja eigentlich mehr oder weniger immer, ohne große Probleme, ja, hier ist es wenigstens nicht so schlimm, wenn wir mal ins Wasser springen, da, guck mal, uh, ach, das ist ja ganz hier, guck mal, direkt wieder auftauchen, so lange nicht am Meeresgrund dann verrecken oder so, das ist halt das angenehme daran, wisst ihr, was ich meine, so, danke Mopsi für die erste Starcoin, und jetzt Schneider, so, so weiter, so weit, so gut, Ui, die, die, diese Dinger sind ein bisschen aus wie diese Splatoon-Dinger, das ist witzig, mal, die, 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 die so da bin ich wieder ich hoffe dass ich das nicht vergesse raus zu cutten sonst bin ich ein Depp und ich könnte hinschreiben dass es stinkt in die Kommentare ja Hashtag David Stinkt wir kennen es schon von Yay von Gamescom cool haben ein Item was ich nicht mehr gebrauchen kann aber wenigstens Geld dafür will ich jetzt einsahen danke so rein geht's in die Hörer hier wie gesagt der Partie wird nicht so krass lang eine Viertelstunde oder so einfach weil ich leider gerade nicht viel Zeit habe viel zu tun die Stars Abendessen gibt es da ist volles Programm heute warten wir das Beste noch irgendwie draus machen ja was ist denn jetzt hier los und unsere Beste die so schönes da kann holen die zweite wunderbar das Zeugs finde ich an dem Level alles relativ einfach da hilft dann hier ein wenn man nicht gerade zu dumm dafür ist wie ist es gerade bin in die Hörer zu springen die eine Stars zum Ziel führen wird so ist wo immer das dritte StarCoin ist wo immer das dritte StarCoin ist I have no idea joa haben wir das einfach in drei angesammelt und das Level beendet damit sind wir auch zufrieden ne haha und haben gleich auch noch Items bekommen One-Ups und es lag mich tot Wunderbar so daher bedanke ich mich für die ganze Zeit alles beim Sosaun von dem Part von New super mal im nächsten Part gehts weiter wir gehen unauffällig hier an den Boos vorbei ach seht da ist sie auch reingegangen ich bin ja blind ja komm dann mach mal den noch selber her dann müssen wir es nicht im nächsten Part machen da fallen wir runter ist es so richtig geplant wir wissen es alle aber ich glaube ich kann mit einem Typen einfach dran vorbeigehen ne so gut wo geht der jetzt rein ach der ist immer so ätzend in meiner Nähe da wollte es nicht hin Controller es wollte hier rein danke so und hier machen wir dann im nächsten Part weiter herz und dank soweit fürs Hushauen machts gut bis zum nächsten Mal und ciao bis zum nächsten Mal